Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute klären wir mal die Frage, warum die schlechtesten Fotografen ihre Fotos besonders gut finden. Ja, warum finden denn jetzt die schlechtesten Fotografen ihre Fotos am besten? Bevor ihr jetzt den großen Shitstorm auf mich loslasst, müssen wir erstmal ergründen, was meine ich denn überhaupt damit? Einige von euch werden das Problem vielleicht tatsächlich selber kennen. Ich erlebe es immer wieder zum Beispiel in Fotografieforen, Facebook, anderen Foren, wo tatsächlich man Anfänger sieht, die ihre Fotos posten, weil sie eine Meinung anderer Fotografen hören möchten. Und dann gibt es ganz bestimmte Personen, die du immer wieder findest, die natürlich dann immer oben draufhauen und sagen, ja, das ist aber ein nicht so schönes Foto, um es mal nett auszudrücken, du musst das und das anders machen und das kannst du nicht und jenes hat nicht und das Licht passt gar nicht. Und dann schaust du dir vielleicht mal das Portfolio dieses Kommentarschreibers an und stellst fest, Mensch, du bist ja in der Fotografie auch recht talentfrei. Aber wenn du ihn damit konfrontierst, dann wird er das vehement abstreiten und wird zum Beispiel sagen, du, Isoblende Verschlusszeit, das habe ich aber schon vor Jahren gelernt, ich kann fotografieren, meine Fotos, das sind aber die tollsten. Ja, und tatsächlich steckt da wirklich ein psychologisches Phänomen dahinter. Ja, alle, die meinen Kanal kennen, die wissen ja, bevor ich mit der Fotografie professionell begonnen habe, habe ich mich ja auch in der Psychologie ein bisschen bewegt. Und tatsächlich, ihr Lieben, gibt es für dieses Phänomen einen Begriff, und zwar den Dunning-Kruger-Effekt. Das bestrengt sich allerdings nicht auf die Fotografie alleine, sondern das gibt es auch in anderen Bereichen. Im Grunde beschreibt dieser Effekt eine völlige Talentlosigkeit in bestimmten Bereichen, aber die fehlende Einsicht, dass es so ist tatsächlich. Das kennt man zum Beispiel aus TV-Shows, deswegen sind die natürlich so enorm populär. Da kommen Leute hin und sagen zum Beispiel, ich kann toll singen, ja, mein ganzes Umfeld, meine Familie, meine Freunde haben gesagt, du kannst toll singen, da musst du dich bewerben. Dann fängt die an zu trellern und dann denkst du, ja, Mensch, gar nicht so gut. Und so ähnlich ist es in der Fotografie. Da gibt es nämlich dann eine entsprechend genaue Ableitung. Denn genau solche Leute denken, sie haben quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen in der Fotografie. Sie machen die tollsten Fotos und können damit natürlich auch jeden anderen kritisieren. Selbst aber sind sie nicht empfänglich für entsprechende Kritik. Woran könnte solch ein Verhalten liegen? Beziehungsweise wo könnt ihr nachsehen? Wie könnt ihr prüfen, ob eure Fotos dann tatsächlich schlecht sind? Oder ob sie vielleicht tatsächlich überraschend gut sind? Denn tatsächlich ist es so, dass ich oftmals erlebe, dass Leute auf verschiedenen Profilen oder auf verschiedenen Internetforen behaupten, sie hätten tolle Fotos. Die Fotos sind dann aber eher mittelmäßig, wenn nicht sogar darunterliegend. Und es gibt andere Leute, die ihre Fotos völlig unter den Scheffel stellen. Die dann sagen, ja, auch ihr erlebe es. Fotos werden mir zugeschickt. Ja, guck mal, ich fotografiere noch nicht so lange. Ja, ich weiß noch nicht, hast du einen Verbesserungsvorschlag? Und dann kriege ich ein Foto und denke, perfekt, also ich hätte es nicht anders gemacht. Ist wirklich super. Aber eben genau diese Gruppe, die diese Selbsteinschätzung, die diese Selbstreflexion nicht hat, die finden natürlich ihre im Grunde schlechten Fotos besonders gut. Gut, das liegt zum einen daran, dass sie natürlich vielleicht auch die falsche Zielgruppe fragen. Das heißt, man schaut sich im bekannten Verwandtschaftskreis um, zeigt denen sein Foto und die sagen, wow, du bist es, du hast wieder das Foto perfekt abgeliefert. Das könnte natürlich daran liegen, dass die Leute, denen man das Foto zeigt, von der Fotografie überhaupt gar keine Ahnung haben. Die finden natürlich alles klasse, was du machst, denn alles, was sie abliefern, ist ja ohnehin weite darunter. Oder du hast Leute, die vielleicht auch ein bisschen Ahnung haben, aber die dir vielleicht einfach nicht vor den Kopf stoßen wollen. Dann wird es natürlich schwer, eine subjektive Meinung zu kriegen, um mal zu sehen, wie gut sind dann meine Fotos. Und das Ganze kann sich bis zu dem Punkt steigern, wo du eben selber denkst, obwohl du vielleicht talentfrei in der Fotografie bist, ich mache die geilsten Bilder, ich kann in solch einer Fotografie-Anfängergruppe den anderen schon mal sagen, wo es lang geht. Ich habe ja schließlich Isoblende Verschlusszeit, habe ich schon mal gelesen, jetzt kann ich fotografieren. Aber da gehört natürlich weitaus mehr dazu. Und auch ich werde oft gefragt, Rico, wie lange hat es denn gedauert, bis du fotografieren konntest? Tja, ihr Lieben, ich kann euch an dieser Stelle sagen, wie lange es gedauert hat. Bislang mehr als 25 Jahre. Denn in der Fotografie lernst du nie aus. Wenn du in der Fotografie aufhörst, da zuzulernen, ja, dann hörst du im Grunde auch auf, bewusst zu fotografieren. Natürlich gehören Basics dazu. Isoblende Verschlusszeit, na, wie funktioniert meine Kamera? Auch meinen Workshop-Teilnehmern sage ich es dann immer wieder. Am besten wäre es, wenn ihr die Grundeinstellungen an eurer Kamera, die müsstet ihr blind beherrschen. Macht mal zu Hause das Licht aus und versucht mal die Tasten zu finden, mit denen ihr tatsächlich Isoblende und Verschlusszeit einstellen könnt. Ja, das nur mal so als Basic. Und auch bei mir ist es so, dass ich kritisch meine Fotos hinterfrage. Auch ich schaue mir andere Fotos anderer Fotografen an und denke dann, wow, cooles Foto, ne? Ab die Perspektive wärst du gar nicht drauf gekommen, vielleicht an dem Ort. Oder ich schaue mir Fotos an, wo ich auch schon war und denke, Mensch, toll, ja, könnte man beim nächsten Mal besser machen. Mensch, bist du nicht drauf gekommen, ja? Und das ist ein Grundbaustein, der ganz wichtig ist in der Fotografie. Du musst selbstreflektiert mit deinen Bildern und mit deinem Können umgehen. Und wenn du dann für Kritik auch noch offen bist, ja, Lieben, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann gehörst du nicht zu der Zielgruppe der schlechten Fotografen, die denken, ihre Fotos sind besonders gut. Ja, leider gibt es die überall, ja, in verschiedensten Foren, in verschiedensten Stammtischbereichen. Ah, es ist ein Graus, oder? Das heißt, wenn ihr vielleicht auch mal solch einen Kommentarschreiber habt, ne, wo ihr merkt, der, puh, der findet irgendwie meine Fotos ja alle blöd, schaut euch doch mal, vielleicht gibt es ein eigenes Portfolio. Am besten finde ich ja die, die alles kritisieren und nicht ein eigenes, nicht ein einziges eigenes Bild haben. Kennt ihr das so? Instagram-Profile, da ist dann irgendwie ein Bild von ein Stück Torte zu sehen und der kritisiert nur alles rum. Ja, habe ich bei mir auch, kenne ich auch, wo du dann immer denkst, ja, das mag schon einen Grund haben, warum du wahrscheinlich ja dein Foto nicht zeigst, beziehungsweise deine Fotos. Also, ihr Lieben, ihr seht, das Problem an solchen Leuten, an schlechten Fotografen, wir benennen es mal beim Namen, die ihre Bilder besonders gut finden, das hat tatsächlich psychologischen Hintergrund. Also, es ist natürlich schwierig, da ranzukommen, das ist auch weder eure Aufgabe noch ist es meine Aufgabe, da auf solche Sachen einzugehen. Und man kann eben nur aufzeigen, wo ist das Problem? Und warum merkt derjenige gar nicht, dass es vielleicht ein Problem mit seinen Kommentaren gibt oder vielleicht auch mit seinen Fotos? Denn je mehr positive Meinungen natürlich du aus deinem Umfeld bekommst, desto mehr bestärkt dich das natürlich in deinem eigenen Können. Und dann bist du irgendwann, wenn es schlecht läuft, natürlich resistent gegen äußere Einflüsse, gegen andere Meinungen. Deshalb, um mal zu sehen, wie gut sind eure Fotos, vielleicht habt ihr ja selber bislang eure Fotos im Bekanntenkreis gezeigt und alle haben gesagt, wow, das ist aber cool. Wenn ihr wirklich wissen wollt, sind eure Fotos gut oder ist da Potenzial nach oben, schickt sie doch mal anderen Fotografen. Auch ich bekomme immer wieder Fotos von euch, vielen Dank natürlich dafür. Und viele von euch fragen nach meiner Meinung. Rico, was denkst du, ist das ein cooles Bild? Und auch ich sage dann, ja, das finde ich sehr gut. Entweder ist es wirklich ein Top-Bild, also ich kriege wirklich Top-Fotos, wo ich denke, Mensch, jetzt hätte ich das wahrscheinlich selber gar nicht besser machen können. Und es gibt natürlich auch Fotos, wo ich dann Kritik übe und sage, ja, pass mal auf, schönes Foto, der Ansatz ist gut, aber tiefere Position, vielleicht eine andere Blende, vielleicht hätte ich den Bildausschnitt anders gemacht. Und nur dann kann natürlich derjenige dazulernen, wenn er offen ist, natürlich für solche Kritik. Und auch ein guter Weg, um zu sehen, wie gut sind eure Fotos, nehmt doch mal an einem Fotowettbewerb teil. Schickt mal euer Foto an Fotowettbewerbe. Auch da könnt ihr sehen, wird es vielleicht noch gar nicht nominiert. Na klar, oft sind High-End-Fotos dabei, aber vielleicht hast du ja auch eine Nominierung. Und dann siehst du, ja, dein Foto ist auf einem hohen Standard. Oder versucht es auch mal in Stockagenturen. Auch das ist natürlich ein guter Index. Ja, wie gut sind eure Fotos? Ja, nicht nur das Annehmen ist ja die erste Hürde, sondern es muss auch verkauft werden. Natürlich gibt es bei Stockagenturen eine große, ein Riesenportfolio. Aber ein gutes Foto, ihr Lieben, ein gutes Foto findet immer ein Abnehmer. Und auch da ist es tatsächlich so, dass einige mir schon ihre Fotos geschickt haben, die abgelehnt wurden bei Stockagenturen, mir dann geschrieben haben, Rico, pass mal auf, ich habe hier mein schönstes Foto eingereicht und es wurde abgelehnt. Ja, und dann schaue ich mir das Foto an und sage, ja, ich kann dir sagen, warum es abgelehnt ist. Weil die Tiefenschärfe passt null. Es ist voll mit Bildrauschen, dein Foto und dem Bildausschnitt. Ja gut, darüber lässt sich schneiden, schneiden, streiten. Ja, Bildausschnitt muss man schneiden. Da drüber lässt sich streiten. Aber grundlegend, ja, das Bild hat halt Probleme. Und dann könnt ihr zum Beispiel schon mal auschecken, nicht nur im Verwandtenkreis, ja, wie gut sind eure Bilder, wie gut sind eure Fähigkeiten. Also im Verwandtenkreis Bekannten ist ein großer Fehler nach der Bildqualität zu fragen. Ja, da sollte man sich tatsächlich dann an Leute wenden, die vielleicht doch mehr Ahnung haben oder bessere Fotos machen. Ja, schaut mal im Netz, vielleicht bei Instagram. Auch ich kenne Fotografen auf Instagram, wo ich immer sage, wow, Martin, an dieser Stelle, beste Grüße, Travel Meets Art, der macht mega Fotos. Martin, an dieser Stelle, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn man unbedingt mal loszieht, Fotos machen. Ja, also der steckt auch echt viel Zeit da rein. Übrigens einen tollen YouTube-Kanal, ich verlinke euch den mal unten. Der hat so wenig Abonnenten, na, verstehe ich gar nicht. Ich mache doch tolle Videos. Also, ihr Lieben, ja, auch ich gucke da hin und denke, wow, tolles Foto, ne, kann man sich auch was mitnehmen. Und das ist der Hauptweg. Ihr dürft nicht aufhören an euch selbst, vielleicht auch zu zweifeln, ist mein Foto gut genug? Natürlich nicht andauernd, aber ruhig mal hinterfragen sein Foto, ja. Hätte man das vielleicht anders machen können? Wird es vielleicht in der Bildbearbeitung besser, hätte man da anders machen können? Tja, ihr Lieben, genau daran liegt's, ja. Das ist der Grund, im Grunde, ja, falsches Umfeld, falsches Feedback und eigentlich Selbstüberschätzung, ja. Totale Selbstüberschätzung in vielen Bereichen. Aber manchmal auch unbewusst, ne. Tja, Lieben, daran liegt's. Warum finden schlechte Fotografen ihre Bilder besonders gut? Tja, wenn ihr auch solche Fotografen kennt oder vielleicht so ein Erlebnis schon mal hattet, ne. Vielleicht in so einem Forum, habt ein tolles Foto und dann ist einer, der nur darauf rumhackt, ist auch nicht das eines Besseren zu belehren, ja. Schreibt mir vielleicht mal eure Erfahrungen unten in die Videokommentare. Oder ansonsten schreibt mir doch mal, wo habt ihr mal eure Fotos eingereicht? Habt ihr vielleicht schon mal an einem Fotowettbewerb teilgenommen? Habt ihr vielleicht schon mal sogar einen Preis gewonnen? Oder sagt ihr auch, ja, ich schaue mir gerne auch andere Kanäle an, andere Fotos an, andere Fotografen. Vielleicht hast du schon mal ein Foto hingeschickt. Ja, all das, ihr Lieben, schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und wir uns in einem neuen Video wiedersehen wollen und ihr habt's noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Daumen hoch fürs Video und nicht vergessen, in diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.